Hallo und herzlich willkommen zur Nigellage neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechungen und ihr seid herzlich eingeladen hier Platz zu nehmen bei uns am Filmstammtisch und mit uns zu plaudern über Filme, die ganz aktuell ins Heimkino und ins Kino kommen. Wir besprechen zunächst den Film Ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas und das ist ein Film, da hatten wir vorab einen Screener und ist ganz eindeutig ein Dokumentarfilm über scheinbar zwei Bayern, die scheinbar irgendwie in die Welt hineinreisen und da sich selbst vor allem kennenlernen. Ja und das ist ein Film, den hat sich in diesem Fall, ich glaube der Sam für uns angeschaut und der liebe Sven hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Sohn der Weißen Stute, ein Animationsfilm, der bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, aber meines Wissens erst jetzt erstmalig auch in den deutschen Kinos laufen wird und ist in dem Fall Till und Lasse gewesen, die für euch ein Doppel zu diesem Film eingesprochen haben. Wir hatten wieder mal die Gelegenheit vorab einen Pressescreener zu sichten und wollen euch unsere Meinung dazu natürlich nicht vorenthalten. Zu guter Letzt dann noch eine Besprechung des Films Witches in the Woods, ein Film, der bei Tiberius Film erscheint und das heißt vielleicht schon mal irgendwas, aber ich kann garantieren, dass wenn ihr das Doppel hört, das ich übrigens selbst geschnitten habe von Thilo und Sarah, dann wisst ihr schon mal deutlich mehr und es könnte sein, dass Witches in the Woods einer der besten Filme ist, den wir von Tiberius Film jemals besprochen haben. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Twitter, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten und es wäre echt total toll, wenn ihr das tätet, denn so Bewertungen, die helfen kleinen Podcasts für uns wirklich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Heute besprechen wir der Sam. Ja, kreuzi miteinander. Und ich, der Sven, hallo, ausgerissen in der Lederhose nach Las Vegas. Seine Doku aus dem Jahre 2020 geht 96 Minuten. Die Regie führt Julian Wittmann. Er erscheint am 13.08. im Kino. Ob es sich bei diesem Titel um eine Fortsetzung der legendären Last-Jucken-Kumpel-Reihe handelt, als Sequel, Prequel oder Schweindel oder was völlig anderes ist, darüber wird uns der Sam aufklären. Ja, freilich. Und zwar geht es hier in der Dokumentation um zwei Brüder, und zwar der Julian und der Dummers. Und die begeben sich mit ihren Mervors nach Amerika. Die wollen nämlich Las Vegas besuchen. Genau. Also es ist weder eine Fortsetzung noch ein Prequel zu den Filmen, die du gerade genannt hast, sondern es ist eine eigenständige Dokumentation. Und ja, wie schon gesagt, die zwei Brüder Julian und Thomas begeben sich halt mit ihren Mofas von Bayern nach Holland über die große See nach Amerika und starten dann in New York die große Tour Richtung Las Vegas. Und in dieser, sagen wir mal, Roadtrip erleben sie einiges. Sie treffen Leute, mit denen sie sich unterhalten. Sie finden ein bisschen über das Land heraus, wo sie eigentlich über Filme ein anderes Bild hatten. Und es passiert halt auch einiges auf dem Weg nach Las Vegas. Okay. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass es ja alles im Dialekt anscheinend gesprochen wird. Ja, die sprechen alles im Bayerisch. In der ganzen Zeit. Okay. Wird es irgendwann too much? Ist es wenigstens untertitelt? Nein. Die sprechen nicht dieses urische Bayerisch, wo man nicht versteht, sondern es ist schon ein angehauchtes Bayerisch. Also man merkt die Herkunft von den zwei Jungs, aber man versteht alles. Also da braucht man keine Angst haben, dass man da jetzt totgeklopft wird von irgendwelchen Ausdrücken, die man nicht kennt. Also ist schon alles human gehalten. Verständlich. Das ist gut. Mit dem Mofa nach Las Vegas. Ja. Also ich kenne diese Mofa-Schüssel noch aus meiner Jugend mit Fuchsschwanz hinten dran. Ja. Aber die fahren ja jetzt auch heutzutage nimmer schneller, glaube ich. Nein, nein. Also die Höchstgeschwindigkeit ist nicht bei 40 oder so, glaube ich. Genau. Das sind zwei Zünd-Ups, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Also die fahren auch nicht schneller wie 40 kmh pro Stunde. Es gibt sogar ein ganz lustiges Bild während der Dokumentation. Und zwar fahren die nämlich die Route 66 entlang. Und das steht unten drunter 60 Malt per Hours. Und die tuckern halt mit ihren Zünd-Ups. Und hinter ihnen spielt sich eine Autoschlange auf der Route 66. Also das ist schon sehr lustig. Okay. Ja. Wie lange haben sie gebraucht? Der genaue Zeitraum war irgendwas mit drei Monaten. Oh ja, okay. Also ich habe es nicht genau im Kopf, aber sie sind schon eine Weile gefahren. Also sie waren jetzt nicht innerhalb von einer Woche durch, sondern haben, glaube ich, schon knapp drei Monate gebraucht. Insgesamt sind so 12.000 Kilometer gefahren mit den Mopeds. Und wenn du selber schon sagst, wenn du das aus der frühen Zeit kennst, die Mopeds, dann halten die halt so große Strecken nur bedingt aus. Also es fallen immer welche Reparaturen an, dass zum Beispiel ein Gaszug mal reißt oder sie kriegen einen Platten. Und da war eine ganz lustige Situation. Die hatten so einen Platten und dann ist ein Pickup gehalten mit so einem bisschen kräftigen Herrn. Und der hat den zwei dann geholfen und finden dann raus, dass er ein Mitglied der Hells Angels ist. So mega. Und dann hatten sie Angst auf einmal vor dem Typ, weil der nämlich erzählt hat, dass er in der Barschlägerei schon mal einen Typ gekillt hat mit dem Kö, also mit dem Stock vom Billard. Dann hat er in die Luftröhre hier zack gestochen und dann ist er ins Gefängnis gelandet wegen diesem Totschlag. Und da hatten die zwei Jungs auf einmal riesen Schiss vor dem und waren dann wieder froh, dass er weitergefahren ist. Ansonsten für eine Dokumentation, was für einen Zweck verfolgt, geht es einfach darum, zu gucken, Unterschied zwischen Deutschland oder speziell jetzt Bayern und den USA oder ist es eine Gesellschaftskritik? Es ging den zwei Jungs eigentlich eher darum, dass sie ihren Alltagstrott in diesem kleinen bayerischen Dorf, wo sie herkommen, raus wollten. Und einfach mal die große Freiheit oder das Abenteuer oder auch das Glück in der Ferne für sich gesucht haben. Und dann auf diese Idee gekommen sind, daher kommen wir setzen rüber nach Amerika und fahren halt die Route 66 bis nach Las Vegas. Das war so ein Wunschtraum von denen, das durchzuziehen. So wie ein Abenteuer-Trip. Also es hatte jetzt keinen politischen Hintergrund. Klar, die Bilder sind schön, weil die fahren dann auch durch Grand Canyon, die fahren an dem Hoover-Damm vorbei und die Bilder sprechen halt schon, also sehen schon sehr schön aus. Aber dass das jetzt einen politischen Hintergrund hat oder so, das eigentlich nicht. Weil ich gelesen habe, dass sie halt auch auf der Suche nach Freiheit sind und da hätte mich nur interessiert, finden sie sie oder ist es was, wo man sagt, du hast eine gewisse Freiheit, aber dafür gibt es auch noch gewisse Einschränkungen. Ja, die haben sie natürlich. Irgendwann in der Dokumentation hört man den einen Bruder auch sagen, ich habe keine Lust mehr hinterm Wald oder hinterm Haus zu scheißen, ich möchte endlich mal wieder auf Toiletten. Also nach einer gewissen Zeit haben sie dann schon die Nase voll und wollen mal endlich wieder im richtigen Bett und auf einer richtigen Toilette sitzen, weil die fahren ja dann, also hier mit Zelt und so in der freien Natur campen sie und ab und zu auch mal in so einem Motel oder sowas. Oder auch bei fremden Leuten, da gab es auch eine geile Situation, da sind sie mitten in Texas nachts an so eine alte Hütte hingekommen und dann kam so ein Typ raus, der sieht halt wirklich aus wie aus dem Horrorfilm Hillbillies. Und dann hatten sie bei dem ein Zimmer bekommen zum Übernachten und der eine Bruder fragt halt den anderen, wo ist das abgeschlossen? Ja, wieso? Ja, ich habe Angst bei dem. Und dann schließt er halt auch die Tür ab und macht die Fenster, verriegelt alles, weil er Angst hat, dass er nachts halt gekillt wird. Weil der halt wirklich aussah wie ein Hillbilly. Aber am nächsten Tag kam halt dann raus, dass es voll ein lieber Kerl ist und dann hätten sie mit dem noch so ein bisschen gequatscht und so. Also es sind halt auch so Sachen, wo so Mythen und so Geschichten über Leute aus Amerika halt zeigen, dass es nicht so ist, weil nicht alle Hillbillies sind gleichzeitig Horrorfilmschlachter und so. Und das zeigt er. In Zucht. Ja, genau. Oder in Zucht. Das zeigt die Dokumentation dann schon. Die zeigt ein bisschen anderes Bild von Amerika, dass nicht nur Kriminalität und Totschlag da herrscht, außer bei dem Hells Angels Typ, sondern dass es durchaus auch sehr nette und liebe Leute da in den Staaten drüben gibt. Ja, gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen von den Landschaftsaufnahmen, weil bei so Dokumentationen, ich meine Route 66, das ist halt auch schon ein Brett. Und man da natürlich halt absolut tolle Landschaftsbilder kriegen kann. Aber hast du ja schon gesagt, dass es wunderschön fotografiert worden wäre. Ja, gut. Du klingst sehr begeistert. Ich bin auch sehr begeistert, weil er ist teilweise sehr interessant von den Aufnahmen her, wie ich schon auch gesagt habe, mit den Bildern und so. Und auch diese Tour, weil jeder Motorradfahrer wünscht sich einmal diese Route 66 an Land zu fahren. Ich bin ja auch Motorradfahrer und ich habe mir das auch vorknommen, irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und Geld, dass ich das machen werde. Und gefällt einem das natürlich, wenn man das so sieht, aber mit zwei Mofas, okay, wenn man da halt drei Monate oder so braucht, ist das halt dann schon sehr aufwendig. Was ich noch lustig fand, ist, dass sie irgendwann in einem Texas-Restaurant ankommen und bevor sie reingehen, also in diesem Restaurant kann man so ein Wettessen machen, innerhalb von einer Stunde muss man ein Big Texans Steak, weiß ich, so ein Kilo oder anderthalb Kilo Steak, muss man schaffen. Und bevor sie da reingehen, werden es angesprochen, das schaffen sie nur, wenn sie hier diese Zigarette rauchen, dass sie ein bisschen lockerer werden. Und dann rauchen sie zum ersten Mal Marihuana und dann gehen sie da rein und sind dann nur am Kichern und am Lachen und befissen sich da vor Lachen. Und dann versucht der eine Bruder halt dieses Steak zu essen und das ist auch sehr lustig. Also die Dokumentation ist sehr lustig gehalten, auch dieser Dialekt. Wenn sie zum Beispiel zu einem Amerikaner kommen und, hey, woher kommt ihr? Where are you from? Und der eine sagt, we're from Germany, from Bavarian. Bavarian, was ist das? Was ist das genau? Sehr gut. Also ich habe an manchen Stellen sehr lachen müssen, ja. Das klingt doch gut. Gut, von meinen Fragen habe ich nichts mehr. Dann. Ich habe auch nichts mehr aufgeschrieben. Es ist halt sehr interessante Fahrt und darf ich direkt zur Punktevergabe kommen? Aber natürlich. Dann gebe ich den ganzen vier von fünf Mopeds, weil halt auch alles wirklich schön aufgenommen. Es sind sehr schöne Aufnahmen, also auch nichts mit den Handykameras oder so aufgenommen, sondern es ist schon alles sehr gestochen scharf und ist auch lustig und also ich bin da voll begeistert gewesen. Von mir kriegt er vier von fünf Mopeds. Du meinst, es lohnt sich definitiv einen Kinogang? Naja, ob der unbedingt im Kino zu sehen wert ist, weiß ich jetzt nicht. Also für mich hat er natürlich auf jeden Fall, war er auf jeden Fall sehenswert, weil wie gesagt, ich bin so Motorradfahrer und Route 66 und so, das ist ja eh ein Traum von jedem Motorradfahrer. Von daher hat es sich für mich gelohnt, aber für jemanden, wo überhaupt damit nichts anfangen kann, lohnt es sich, glaube ich, auch nicht im Kino. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ja. Vielen herzlichen Dank. Kein Thema. Vielen Dank für dein Interview. Gerne, gerne. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja. Ciao, ciao. Ferti. Lasse, hast du schon mal LSD genommen? Ach nö, ich guck stattdessen einfach lieber Sohn der weißen Stute. Perfekt. Und damit herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch mit Lasse. Hallo und dem Till. Moin. Damit ist der Cast zu Ende. Macht's gut, Leute. Ja, allerdings, allerdings. Denn man kann nix, ähm, ich möchte, bevor wir irgendetwas über diesen Film sagen, möchte ich etwas zitieren, was ich gefunden habe zu dem Film und zwar von Cinematary.com. Ein Zitat zu dem Film, den wir heute besprechen, das ist der Sohn der weißen Stute. Ich zitiere. Jeder Versuch mit Worten zu beschreiben, wie der Film aussieht, atmet und sich entfaltet, verblasst völlig im Vergleich dazu, es mit eigenen Augen zu sehen. Das, ähm, beschreibt es sehr gut. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, ist das Problem. Ja, es geht um diese, das war so ein bisschen so ein Blind-Pick für mich. Wie war es bei dir? Warum hast du dich dazu entschieden, dass du diesen Film gern gucken und besprechen möchtest? Ich habe erst den, ja genau, als er uns vorgeschlagen wurde, habe ich ihn erst, erst den Trailer geguckt, dann gesagt, Hammer, nehm ich. Und dann erst gemerkt, tatsächlich, dass es so ein, so ein, so ein, ähm, ungarischer, äh, 80er Zeichentrick-Film ist. Nicht für Kinder, das sei vorhin weggesagt. Und, ja, keine Ahnung, ey, das war so, ich habe den geguckt und dachte mir so, what the fuck? Keine Ahnung, also, ja, ja, so. Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Ausdrucksweise. Dieses Ding ist gewissermaßen eine Premiere. Und zwar ist das das erste Mal, dass dieser Film tatsächlich in Deutschland vertrieben wird. Das ist ein ungarischer Film von 1981, inszeniert von Marcel Jankovics, welcher als der ungarische Walt Disney bezeichnet wird, ab und so. Ich habe bisher noch nichts von seinen Werken gesehen, glaube ich jedenfalls. Ich denke, daran würde ich mich erinnern, oder wenn, dann habe ich irgendwie aus Versehen und vergessen. Und, ähm, er hat, äh, bekommt eine Kinoauswertung, jedenfalls hier und da ein kleines bisschen, in einigen Berliner Kinos, in Heidelberg, lustigerweise, München, Regensburg, Wien. Checkt da einfach mal euer lokales Programm. Das wird ab, ab August, ähm, geht das los, über den Herbst. Und dann kommt er auch im Herbst auf, äh, DVD. Zum ersten Mal in einer digital restaurierten Fassung in, äh, 4, 4K-Scan, äh, mit umfangreichem Bonusmaterial, etc. Und das ist ziemlich cool, in der Tat. Und, äh, denn, ich meine, wir haben diese Internetkopie gesehen, aber die war von sehr guter Qualität. Das Problem ist, es dauert eine ganz, es dauert eine Weile, bis in dem Film tatsächlich gesprochen wird und ich hatte die Untertitel nicht an. Ja, ich auch nicht. Und dachte, huch. Und dann habe ich gesehen, dass man die manuell einstellen muss. Dachte, ah, okay, gut. Willst du versuchen, die Story zu beschreiben? Ja, ich kann es versuchen. Also, es ist wie gesagt, so ein ungarisches, ungarisches Volksmärchen, äh, wo es um eine, ja, Stute, so eine göttliche Stute irgendwie geht, die, ähm, einen Sohn zur Welt bringt, eigentlich drei. Ähm, und dieser Sohn, äh, macht sich mit seinen zwei Brüdern auf die Welt, äh, auf die, auf die Suche nach der Unterwelt, um drei Prinzessinnen von bösen Drachen zu befreien und das Königreich zurückzugewinnen. Das ist es im Prinzip. So ein klassischer Märchen-Elemente im Prinzip. Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Wovon der Film eben lebt, ist da die visuelle Umsetzung. Und witzigerweise habe ich hier und da einige Elemente erkannt aus anderen, zum Beispiel aus Ottfried Preußlers, die Abenteuer des starken Vanya. Da gibt es einige ähnliche Handlungselemente, unter anderem, dass der, dass der Sohn hier ja sieben Jahre lang von der Milch der Stute gestillt werden soll und jedes Jahr soll er ja versuchen, den Baum zu bewegen. Und, äh, genauso was passiert in Abenteuer des starken Vanya, wo ihm gesagt wird, liegt sieben Jahre auf diesem Ofen, ist nichts als Sonnenblumenkerne und, äh, jedes Jahr einmal musst du versuchen, das Dach von den Balken zu stemmen. Und wenn du die Sterne siehst, dann bist du bereit, in die Welt hinauszuziehen und so weiter. Also ich denke mal, Preußler hat sich da bei seiner Geschichte, hat so einige Sachen zusammengeworfen einfach. Es gab hier und da noch ein paar andere ähnliche Dinge, das so, die Erlangung einer mächtigen Waffe und all das. Aber ja, im Prinzip ist es eine ganz simple Märchengeschichte, was... Runtergebrochen, ja. Ja, ja. Ja, was, was eben das, das alles so besonders macht, ist die visuelle Komponente, denn, und da muss ich gleich mit dem Kritikpunkt anfangen, meiner Meinung nach hätte das nicht unbedingt Dialog gebraucht. Ja, hab ich auch überlegt. Also es war ja nicht allzu viel, dass, also ich hab erst tatsächlich, als, bevor ich auch gemerkt habe, nach den ersten drei Sätzen, dass es tatsächlich, ähm, keine kryptische Sprache ist, die da benutzen, sondern tatsächlich ungarisch irgendwie wohl ist. Ich, hab ich auch gedacht, okay, jetzt sprechen die irgendwie, es ist seltsam. Es geht dann aber, weil so wie gesprochen wird, ist es halt echt schräg. Es ist halt nicht nur das Visuelle, sondern auch, also audiovisuell ist ja komplett verrückt, aber es klingt halt auch irgendwie komisch, was jetzt für mich nicht an der Sprache liegt, ähm, sondern wie die sprechen, von der Tonlage her und es ist halt, ist halt schräg. Aber ich glaube auch ohne, ohne Sprache wäre der auch, hätte der auch Folge, Folge, geklappt. Ja, man hätte da noch ein paar andere Sachen irgendwie animieren können, zusätzlich vielleicht. Also irgendwie dann die Sachen, wo sie sprechen, äh, und dann die Münder bewegen und so, hätte man einfach so ein klein bisschen umändern können, als das komplett visuell erzählt wird. Die ersten paar Minuten sind stumm. Und da konnte ich dem allen gut folgen. Da hab ich halt verstanden, ah ja, okay, okay, diese Stute wird gejagt und da sind diese bösen Mächte und dann gebiert sie diesen Sohn und, und dann erst kommt Dialog, als sie anfängt, die Geschichte zu erzählen und all das. Und da dachte ich, ah, okay, okay, gut. Weil nämlich das Problem ist dadurch, dass es, ich schätze mal, das wird dann auch komplett immer mit, nur mit deutschen Untertiteln und auf Ungarisch gezeigt. Und ich finde halt, die Untertitel lenken natürlich ein kleines bisschen ab. Wenn man sich da komplett nur audiovisuell drauf verlassen könnte, dann würde man alles noch komplett mehr mitkriegen. Ja. Ja, das stimmt. Aber sonst, ähm, oh Gott, wie erklären wir das? Es ist, äh, es ist schwierig. Dieses Ding ist, ich hab noch nie sowas gesehen. Nee, auf gar keinen Fall. Und ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ja, hab ich auch gedacht, das ist was, was, also ich glaube, wir beide und der Typ, dessen Zitat du grad vorgelesen hast, ähm, sind die einzigen drei, die das, die diesen Film jemals sehen werden in Deutschland, gefühlt. Ah, ich hab, ich hab noch ein paar andere, äh. Ja, ja, ich auch, ich hab auch bei, bei Letterboxd geguckt, das sind viele, viele, die den schon gesehen haben. Aber es ist schon auf jeden Fall eine richtig, richtig dicke Nische. Es sieht, finde ich, aus wie, oder eigentlich andersrum, die heutigen, äh, Indie-Titel für, für Playstation und Co. sehen ein bisschen so aus wie der Film. Und der Film sieht ein bisschen aus wie irgendwie so ein Indie-Titel, dass, dass man irgendwie, hätte, hätte ein Videospiel sein können. Ja, total. Hat extrem diesen Vibe. Und was richtig krass ist, also am Anfang als das Fohlen, was dann schnell zum kleinen Jungen sich verwandelt, geboren wird, das ist schon, ähm, da sind sehr, ähm, eindeutig die Geschlechtsmerkmale zu erkennen. Und das zieht sich komplett durch. Also, der ist so, der ist so aufgeladen und vollgestopft mit, ähm, mit, mit Geschlechtsmerkmalen. Unfassbar, unfassbar viel sexuelle Symbolik, ja. Richtig krass, ja. Bisschen zum, zum Phallus-Greif am Ende. Oh ja, 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 es gibt, es gibt viele Phallus-Symbole, es gibt viele vaginale Symbole, definitiv, das beim Baum angefangen und so weiter, die Öffnungen, Eingänge und so weiter und so fort. Und es ist nicht so irgendwie so mega in your face, äh, es ist nicht so irgendwie mega in your face, aber es ist definitiv bemerkbar. Auch die Art und Weise, wie er sein Schwert trägt, äh, später, äh, erinnert sehr daran. Und auch in der Art und Weise, wie dann eine der Prinzessinnen das kommentiert. Ich weiß nicht, ob das halt eine, einfach nur eine etwas, äh, geflissentliche Übersetzung war oder ob das tatsächlich so im Originaltext ist, wenn sie irgendwie, na, wer steht denn da und sowas. Genau, ja, das hab ich mir, das hab ich mir auch gedacht, ob das jetzt, haben sie sich jetzt bei der Übersetzung das tatsächlich so, so gedacht. Obwohl ja Sex selbst keine Rolle spielt, wirklich. Nee, nee. Es ist, ich meine, ich, ich meine, es ist halt ein Märchen, am Schluss geht alles gut aus, aber es wird dann nicht irgendwie so pikant gezeigt, was dann irgendwie passiert, dies und das, sondern es ist halt alles immer sehr, sehr oberflächig und symbolisch gehalten, aber trotzdem werden da gewisse Geschlechtsmerkmale extrem ins Rampenlicht gerückt. Vor allem eine, eine der Sachen, die mir da am meisten ins Auge gefallen sind auf eine sehr unangenehme Weise ist, wenn es, es gibt eine Stelle, wo einer der Brüder überfallen wird von so einem, von so einem Zwerg, welcher ihn, welcher ihn in dieser Hütte überfällt und dann den, den den Brei essen will und dann gibt es diese Einstellung von oben, wo er ihm den Kessel auf den Bauch setzt, mit dem Bart dann die, die Arme oder die Beine festhält, wie auch immer, und der Kessel ist und dann sein Mund ist in einer Position, wo es dann halt aussieht, als wäre es ein Blowjob. Ja, das stimmt, also es ist schon hier und da, es ist schon sehr, sehr schräg dargestellt. Tatsächlich, vor allem der, ich glaube, der zweite von den drei Drachen, der schwingt auch einfach die Klöten frei. Oh, das war beim ersten Drachen, bei dem Drei-Klöten, sagen wir das sehr, ja. Ja, war das der erste, ja genau, der erste. Der zweite hat dann einen Kanonrohr. Stimmt, der zweite war der, der noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen auf den Krieg anspielt, der war völlig out of, ja, ist völlig rausgerissen, hat er sich angefühlt. Ja, da hatte man ein Phallus-Symbol in Form von einem Kanonrohr. Genau, mittendrin und der war halt, das war so eine Maschine irgendwie. Ja, und dann sah es teilweise aus wie eine moderne Stadt-Skyline und so, also es ist schon sehr interessant, wie die da teilweise ein bisschen mit der Stilistik brechen auch. Total, und es ist sehr symmetrisch alles. Oh Gott, ja, also, Gott, alles will man sich einrahmen lassen, wirklich jeden einzelnen Frame. Ja, sieht sehr schön aus. Die Farben sind unglaublich, ist extrem 80er, auch von der Soundkulisse, es ist dieser, dieses, dieses Space-Rock, ganz oft hast du nur so dieses, so dieses, so diese seltsame Soundkulisse, nicht wirklich direkt melodische Musik tatsächlich, es ist halt irgendwie dann eher so dieses unterschwellige, aber sehr offensives Sounddesign. Und, ähm, was ich so cool finde daran ist, weil dieser, dieser Film ist halt extrem, also die Animation ist sehr psychedelisch und soll nicht realistisch sein in irgendeiner Form, sondern es ist alles irgendwie symbolisch und da ist offensichtlich sehr viel von der, von dieser osteuropäischen Kultur mit drin involviert. Ich meine, solche Muster siehst du halt auch auf, äh, auf Schnitzereien, auf Teppichen, auf Tüchern und so weiter, mir kam einiges bekannt vor, vom Stil her. Und das, das Coole finde ich eben, weil oft in Märchen hast du Umschreibungen, die du realistisch nicht umsetzen kannst. Du hast ja öfter mal in Märchen dann sowas wie, und er rammte ihn in den Boden oder so etwas. Ja, genau. Oder er, er, sie schlugen einander so fest, dass die Berge bröckelten oder sowas in Art. Und hier eben passiert das, hier setzen sie das so um und du sollst es nicht unbedingt so komplett wörtlich nehmen, sondern es ist eben dieses, der, der Film lädt dich so ein Mitdenken ein und dass du denkst, nee, das ist halt irgendwie alles so komplett nur symbolisch im übertragenen Sinne gemeint. Ja, als würde dir jemand ein Märchen vorlesen, aber das nur bildlich darstellen. Ja, genau. Also im Prinzip dieses... Einfach den Berg irgendwie hochhebt und dann formt er sich aus seinem, auf seinem Schwert formt er sich einen Löffel, weil er, weil sie Suppe essen wollen. Ja. Ähm, dann formt er das Schwert wieder zu einem Schmiedehammer und, ähm, dann wirft er das Schwert so hoch, dass es irgendwie nach, eine ganze Nacht im Himmel bleibt. Aber, also, ja, das ist mir gut. Einige Hörer denken sich, was zum Hölle haben die genommen. Ja, ja. Also wirklich, es ist ein absolute... Irgendwo, es gibt niemanden, wo ich sagen kann, okay, das ist nichts für dich oder das ist voll was für dich. Also einfach, einfach reinziehen. Ähm, es geht nur 80 Minuten, zieht sich nicht, weil es irgendwie, es fesselt irgendwie, weil es so geil aussieht. Ja, es ist halt immer der, der Look, der dich, äh, mitnimmt. Und es ist halt, wie gesagt, sehr simple, sehr simple Story und all das. Und halt so ganz in welchen Traditionen hat man immer so diese Rule of Three, wo man dann eins, zwei, drei, so mehrfach solche Szenarien hat. Und halt, ja, diese ganzen Sachen, wo sie halt so diese ganzen Formulierungen fortwörtlich nehmen, aber wir sollen das dann eben dann doch symbolisch verstehen, sehr interessante Mischung. Ein paar Sachen, die ich ein bisschen schwierig fand. Ich, 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 ich fand es irgendwie, ich, ich fand die Brüder bekamen nicht so viel zu tun, wie sie eigentlich hätten tun sollen. Denn letztendlich ist es halt wirklich nur die Geschichte des, des jüngsten Sohnes, der halt der große Held ist. Und die anderen werden in den Hintergrund gedenkt, der eine, der, der erste Bruder, den er findet, der ist eigentlich fast komplett inkompetent, hat man das Gefühl. Was ein bisschen schade ist. Ich wünsche, die hätten mehr Profil bekommen oder und und so. Ich meine, aber das hast du auf dem Märchen, dass da bestimmte Charaktere irgendwie einfach nur Staffarsche sind und oh, aber drei ist die magische Zahl, wie auch immer. Aber er ist irgendwie so der, 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 der Punching Bag von den anderen beiden. Hast du den Eindruck? Das ist der Typ, der, ich glaube, am Anfang Flüsse austrinkt und Berge und halt Stein, also der macht viel mit Stein. Genau, die haben alle drei, genau, die haben alle drei, nennen die sich nicht beim Namen quasi, sondern haben alle drei so Spitznamen quasi. Der, der Eisenkneter, der, ah, die anderen, ich kriege es nicht. Ich glaube, der Bergversetzer oder der sowas ähnliches. Ja, irgendwie sowas. Und der jüngste, der Hauptcharakter im Endeffekt, ich habe es vergessen. Der Baumausreißer. Baumausreißer, ja, genau. Weil es darum geht am Anfang, ja. Aber dann ist im Prinzip der, der, der Held, der Baumausreißer ist komplett overpowered und macht dann alles alleine. Obwohl ihm halt die anderen ja ein bisschen helfen, halt der zweite Schmiede ihm dann ein Schwert, was er selbst nicht kann. Absolut, übrigens, das fand ich großartig, dieser komische Zwerg, der da kommt und quasi, naja, es ist halt so ein bisschen märchenhaft so, wie da kommt die eine Person, die möchte dich in die Irre führen, die möchte dir, die möchte irgendwie gemein sein, was wie auch immer, es gibt ja immer solche Personen in Märchen. Und die schafft es bei den ersten beiden Brüdern ja auch, dass die immer den Brei ihm abgeben quasi oder er sie dazu zwingt. Und der dritte, der jüngste, der schafft es, ihn dann zu bezwingen, schneidet diesem Wesen den Bart ab und schmiedet sich aus dem fucking Bartenschwert. Aus dem Bart, der dazu blitzen wird und dann wird er geschmiedet und dann ist es ein Schwert, ein goldenes. Das habe ich auch noch nie gehört, sowas halt. Ohne Witz. So schreck wurde er nicht mal Ralf Bakshi in seinen zugedröntesten Tagen. Wirklich Hammer. Ja, es ist, ich meine, ich lese dich vielleicht hier unter Vergleich mit allen Dingen von Bakshis werken, wo das halt so komplett drüber ist, aber da ist es halt so extrem offensiv und irgendwie doof. Und hier ist es halt so ein bisschen mehr whimsical, schätze ich mal, aber es ist halt definitiv, weil ich, obwohl ich halt sagen würde, es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich denke, oh, das ist definitiv nichts für Kinder oder so. Also ich meine halt für Kinder unter zwölf vielleicht nicht unbedingt, aber halt es ist jetzt nicht irgendwie so mega offensiv, was für Erwachsene, abgesehen von der sexuellen Symbolik, was aber vielleicht nicht viele Kinder mitkriegen würden. Aber ich glaube halt, viele Kinder wären ein bisschen befremdet von dem Look und wüssten nicht ganz genau, was sie jetzt damit so anfangen sollen. Die Art, wie die Geschichte erzählt wird und wie es animiert ist. Ich glaube halt nicht, dass sie das so zu schätzen wissen würden. Ja, ich glaube auch, dass das, was braucht ein bisschen, es braucht auch tatsächlich ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr als nur, okay, ich gehe mal ab und zu ins Kino. Es ist da, man muss schon so ein bisschen Filmleidenschaft hegen und pflegen, glaube ich, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass andere Leute, die einfach nur ganz casual ins Kino gehen, das nicht verstehen, das meine ich nicht. Aber das ist, glaube ich, nichts, was sich jemand anguckt im Trailer und sagt, okay, das kommt jetzt ins Kino, gucke ich mir an. Das ist schon sehr speziell. Oh ja, das hat, das ist, das ist es, das ist es halt einfach. Man muss sich halt nur die Bilder angucken und so dazu, das ist schon echt. Es ist ein Kunstfilm in jeder Bedeutung des Wortes, aber der hat eine Story, was cool ist. Ja. Der hat tatsächlich eine Story, der man. Wobei der, ähm, Marcel Jankowitsch, ähm, der Regisseur, auch, ähm, kritisiert wurde dafür, dass er das nicht nur umgesetzt hat, das Märchen, sondern auch, ähm, so für ihn interpretiert hat, was, ich meine, ist mir völlig egal, so lass doch machen, aber dass er halt auch vieles für sich ein bisschen, ähm, verändert hat und sich nicht ganz an den, an die Folklore gehalten hat, was mir relativ egal ist, man kann Märchen interpretieren, wie man will. Das passiert immer mal wieder so. Eben, komplett, es gibt Filme, die sind Märchen, davon, das wissen wir gar nicht, von daher finde ich das okay und was ich auch noch gelesen habe tatsächlich über den, über den Regisseur, der hat durch, der wurde irgendein Animationshistoriker, ein ganz toller Mensch früher, wurde aufmerksam auf diesen Marcel Jankowitsch und dann sollte der, sollte Disney ihn anheuern, also der Marcel Jankowitsch sollte von Disney angehäuert werden, für einen Film namens Kingdom of the Sun, dieser Film ist, äh, nie entstanden, aber aus den Überresten von Kingdom of the Sun, beziehungsweise Kingdom of the Sun, hat sich dann verwandelt in ein Königreich für ein Lama. Nein! Ja, ja, tatsächlich, also irgendwie haben sie gesagt, hier, guckt euch mal den Marcel Jankowitsch an, der ist irgendwie, der hat was drauf, ähm, äh, den behalten wir im Hinterkopf, vielleicht kriegen wir den für unseren neuen Film und dieser neue Film, damit hatte der Marcel Jankowitsch nichts zu tun, wurde dann irgendwann, äh, Königreich für ein Lama im Jahr 2000. Das fand ich ganz, ganz interessant, das ist so eine Trivia, die man, die man nachlesen kann, ja. Das ist ja geil, ich meine, ich hätte gehört, dass Königreich für ein Lama ganz, ganz lange in der Bearbeitung war und ursprünglich was komplett anderes hätte werden sollen, aber jetzt, dass es darauf jetzt hinaus lief, das hätte ich nicht gedacht, sehr interessant. Ja, fand ich auch. Ich weiß, dass es ursprünglich viel mehr Songs gab, auch bei, bei Lama und dann wurde das meiste gestrichen wie auch immer. Das ist ein extrem witziger Film, finde ich, aber das, das ist offensichtlich, dass es nicht das war, was sie ursprünglich geplant hatten dafür, das ist so ein Ding, das haben sie irgendwie zusammengeschmissen und dann kam etwas raus, was aber trotzdem unterhaltsam war auf seine Art. Ja, und so kommen wir von Feher Lofia, wie er im Original heißt, keine Ahnung, ob er richtig ausgesprochen wird, zu Disney mal wieder. Man landet immer bei Disney. Ach, 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 ja, ja, aber es ist, ähm. Aber es ist eine lustige Side-Story irgendwie. Was aber auch irgendwie logisch ist, dass vielleicht so ein Typ wie er nicht klarkam mit diesem Disney-System durchaus, vielleicht hatte er Ideen, die dann zu extravagant waren, wo dann Disney gesagt hat, nö, danke. Ja, der wollte wahrscheinlich irgendwie überall Penisse reinbasteln. Wer weiß, was genau da passiert ist. Es gibt ja auch eine lustige Geschichte von dem Stuart Gordon, den kennt man ja zum Beispiel von diesen, äh, Horrorsachen da, ähm, From Beyond und Reanimator. Mhm. Und von dem stammt die Drehbuchidee für Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, schön. Äh, er hatte die, er hatte das, die Drehbuchidee und so weiter und hätte die inszenieren sollen. Und da gibt's halt eine Geschichte, wo er dann das erste Meeting hatte mit den, mit den Executives. Und er hat, äh, bei diesem Meeting Nasenbluten gekriegt, weil er es nicht ertragen konnte, mit diesen Disney-Anzügen in einem Raum zu sitzen. Okay. Er hat wirklich Nasenbluten gekriegt, weil er es nicht aushalten konnte mit diesen Arschlöchern. Ja, lustig. Und halt von wegen das, was eben dann so zeigt, bestimmte kreative Leute können einfach dann nicht so dieses, sich dann so ein bisschen darauf, darauf einlassen, ja, aber wir könnten ja das verändern. Dieses halt, Stuart Gordon hatte immer noch einen Drehbuchcredit oder einen Storycredit oder sowas. Mhm. Ähm, aber dann wurde es ja letztendlich zu einem, zu einem anderen Produkt und wer weiß, wie das dann ursprünglich ausgesehen hätte. Aber ja, also es gibt immer mal wieder solche Leute, die dann, wo die dann versuchen, ey, komm zu uns, mach das und, ja, aber interessant. Ich hätte mir eigentlich schon gedacht, dass da, dass da Disney in irgendeiner Form darauf aufmerksam wurde, auf seine Arbeit, weil, ja, irgendwie unbesehenes, kleines Juwel, habe ich meine Bezeichnung hierfür gehört und es ist schön, dass das jetzt so ein bisschen, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das für gewisse Fans, solche, die dann halt auch wie, wie hieß das, Heavy Metal hieß doch auch dieser eine? Heavy Metal, Heavy Metal Fact 2, ja. Oh ja, ja, genau, also halt so Leute, die dann sowas ausgraben und sich für so etwas begeistern, können, wirklich diese Underground-Animation. Lustigerweise habe ich auch an Heavy Metal gedacht, einfach nur, weil es so auch so eher nischig ist und anders ist einfach. Eon Flux wäre vielleicht noch ein Kandidat, das hatte mich auch daran, halt eben diese unkonventionelle Animation, wo du halt, wo es wirklich Nische ist. Ich habe, ich habe noch hier und da garantiert ein paar andere gesehen, so ein paar Kandidaten, wo ich mir dachte, ja, das würde hier auch gut reinpassen, aber da komme ich jetzt hier gerade nicht mit drauf. Naja, meine Mankos sind, wie gesagt, hier und da ist die, machen sie nichts aus den Figuren und die Untertitel lenken halt leider ab, wo ich halt wünschte, es gäbe entweder keinen Dialog oder aber es gäbe tatsächlich eine Synchronisation. Aber wer weiß, ob das dann nicht irgendwie auch irgendwas kaputt machen würde, keine Ahnung. Kann sein, aber vielleicht, Screener sind ja auch oft nicht ganz fertig oder zumindest die die deutsche Vertonung nicht mit drin oder so, wie in PVs manchmal auch. Vielleicht kommt er ja doch auf Deutsch, aber die Info haben wir leider nicht. Ja, genau. Also ich weiß es halt leider nicht genau. So oder so lohnt es sich für diese gewissen Animations-Buffs dieses Ding zu suchen und wenn er es nicht zu einem dieser sehr begrenzten Kino-Vorstellungen schafft, dann gibt es ihn bald auf DVD und Blu-ray in 4K auch und ich muss sagen, yo, macht's. Ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir zum Fazit kommen? Nee, ich denke, wir können jetzt noch weiter psychedelischen Schwachsinn reden, den uns keiner glaubt, aber am besten guckt es euch einfach selber an. Das würde ich auch sagen. Dann gib doch du mal schnell deine finale Meinung ab und wir vergeben Phallos-Symbole. Du kannst 5 von 5 Phallos-Symbolen vergeben. Dann vergebe ich 4 von 5 Phallos-Symbolen für einen Film, der mich fantastisch, also eiskalt erwischt hat, fantastisch unterhalten hat und der einfach wirklich gut aussieht. Er ist völlig verrückt, er ist schwer zu beschreiben einfach, aber guckt ihn euch an, wirklich. Und wenn ihr jetzt nicht 10 bis 15 Euro im Kino ausgeben wollt, okay, für 80 Minuten macht das nicht mehr jeder und gerade für so einen Nischenfilm, aber 4 von 5 schöne Phallos-Symbole, Phallos-Greife, ja, mit seinen süßen Küken, zieht ihn euch rein. Zieht ihn euch rein, perfektes Stichwort, oh Gott. Sehr schön gesagt, ich hab dem nicht mehr so viel zuzufügen. Ursprünglich war meine Punktewertung, glaube ich, ein bisschen niedriger, wo ich halt dachte, ja, ich meine, es gefiel mir beim Gucken, aber es ist halt in dem Sinne unkonventionell und schräg und so weiter, aber ich muss halt sagen, dass es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und ich es sehr faszinierend finde auf visueller Ebene, so den kleinen Mankus zum Trotzer, wo ich mir denke, darum geht es auch nicht, es geht um die Erfahrung, es geht nicht komplett um die Story. Und deshalb würde ich sagen, auch 4 von 5 für einen wirklich extrem bemerkenswerten Kunstfilm. Und Kunst ist hier halt wirklich verdient. Ich habe noch nie so etwas gesehen vom Look her, ich fand, das war eine einzigartige Erfahrung. Ich, ja, diese 4 von 5 Follow-Symbolen wären hier nicht verdient, obwohl wir mehr zu sehen bekommen im Film selbst. Und ich würde sagen, für die entsprechenden Fans, ja, guckt es euch an, es ist etwas ganz, ganz Besonderes und vielleicht, also wenn ihr wissen wollt, wie es ist, so bestimmte Drogen zu nehmen, hier könnt ihr es erfahren, ohne diese Drogen zu nehmen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, einige werden high sein, bevor sie diesen Film gucken und ich will gar nicht wissen, was dann in deren Köpfen los ist. Das stimmt. Das raten wir natürlich niemandem, Finger weg von Drogen. Ja. Aber halt, oh Gott, ich will gar nicht wissen, halt, das wird der neue große Kifferfilm oder wie auch immer jetzt, wo er dann öffentlich zugänglich gemacht wird, so richtig. Ja. Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also so ein psychedelischer Trip, aber einer, der wirklich sehenswert ist. Nicht unbedingt mit den Kindern, aber wenn ihr irgendwie mal Zeit habt abends, dann lebt euch zurück, entspannt euch und macht euch bereit für eine sehr außergewöhnliche Erfahrung. Ja. Das wäre es dann von uns. Mensch, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich finde es auch super, dass deine Meinung auch so positiv ausgefallen ist. Ja, das finde ich sehr gut, dass wir uns da, dass wir uns da nicht gegenseitig bashen müssen. Wir bedanken uns natürlich sehr, dass wir diesen Screener bekommen haben, freuen uns wahnsinnig, dass wir da zu den Auserwählten gehört haben und dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, euch diesen Film auch tatsächlich zu empfehlen, wenn ihr interessiert seid. Wie gesagt, kann sein, dass es nicht für jeden etwas ist, aber naja, so oder so. Wir hoffen, wir kriegen nämlich noch anderes interessantes Programm dieser Art zu sehen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind hier vom Tele-Stammtisch, der Lasse und der Till und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünschen eine fröhliche Wanderung in die Unterwelt zu den drei Prinzessinnen. Ciao. Wiedersehen. Hallo, liebe Film- und Fernsehfreunde und liebe Tele-Stammtischhörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte mit euch wieder mal einen Film besprechen. Der nennt sich Witches in the Wood und zum Glück muss ich das nicht alleine machen, denn das würde mich wirklich fertig machen, glaube ich, denn ich habe zum Glück noch Verstärkung und zwar ist die liebe Sarah bei mir. Hallo aus dem schönen Norden. Genau, also nicht bei mir, aber im Netz quasi dürfen wir uns zusammen dieses Machwerks widmen und ja, Sarah, erzähl ein bisschen was von dir. Du hast ja schon ein bisschen was gemacht für den Tele-Stammtisch, aber stell dich doch einfach nochmal kurz vor. Genau, ich bin gerade neu zum Tele-Stammtisch dazugekommen. Das ist jetzt mein dritter Versuch, eine Kritik zu äußern. Ja, wer bin ich? Eine Frau, 29, aus Norddeutschland. Wow. Wer hätte das gedacht? Ja, ne? Ganz, ganz komisch. Aber du hast mir erzählt, wo man dich nämlich auch im Internet hören kann. Das fand ich sehr spannend. Erzähl mal kurz was. Genau, manche kennen mich vielleicht von den Quidditch-Livestreams, wo ich als Moderatorin arbeite in meiner Freizeit. Wow, Quidditch, ihr wisst, Massenvoltssport in Deutschland, ganz bekannt. Und du bist ja auch selber aktiv, spielst auch selber mit, hast du gesagt? Genau, ich spiele bei den Jena Jobbernolls. Also wer aus Thüringen kommt, noch sind wir Thüringer Meister, fordert uns gerne heraus. Ihr seid aber auch nicht die einzige Mannschaft dann in Thüringen. Äh, doch. Okay, dann seid ihr quasi Thüringer Meister, außer Konkurrenz. Genau, seit fünf Jahren ungeschlagen. Sehr schön, sehr schön, freut mich. Quidditch finde ich auch sehr spannend. Und da sind wir eigentlich beim Thema, denn bei Quidditch geht es ja darum, man hat ja einen Besen, mit dem man quasi sich bewegt, was ja eigentlich von der klassischen Hexe kommt, die ja mit dem Besen durch die Gegend fliegt, wenn man den Legenden glauben mag. Und da sind wir gleich beim Thema. Denn bei dem Film geht es auch um Hexen. Witches in the Woods heißt der nämlich. Und ja, das ist ein kanadischer Film von 2019. Ein, ich sag mal, Horror-Thriller könnte man es nennen. Regie führte Jordan Baker. Darsteller sind Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sascha Clemens und Corbin Bleu. Muss man jetzt nicht unbedingt kennen. Haben aber auch schon ein paar anderen Sachen mitgespielt. Und ja, da würde ich dich mal fragen, Sarah, worum geht es denn in diesem Film? Ja, das ist ein wunderschöner Film mit ganz vielen Jugendlichen. Ich würde sagen so College-Alter, College-Studenten, die zusammen einen Snowboard-Ausflug machen wollen und dafür in die Berge fahren. Dieser Trip wird leider ein bisschen abgekürzt, als sie dann mitten im Schnee und im Winter mit ihrem Auto von der Straße abkommen und feststecken. Und dann geht auch schon das Gruseln los, wenn sie nämlich alleine im kalten Wald sind und nicht wissen, wie sie wieder rauskommen und wer noch dabei ist. Oh, wie originell. Habe ich ja noch nie gehört, so ein Plot. Ja. Also so bekannt die Story. Ein paar College-Kids wollen ein schönes Wochenende in der Hütte verbringen und Spaß haben. Und ja, alles läuft nicht so richtig, wie es geplant ist. Denn natürlich kommen sie vom Weg ab und dann geht der Horror los. Ja, also im Grunde sehr, sehr klassischer Aufzieher. Kennt man alles von Wrong Turn und so weiter. Und im Grunde kann man sich schon denken, wohin die Reise geht. Ja, aber würdest du sagen, der ist dann so platt gewesen, der Film, wie jetzt die Prämisse sich anhört? Oder eher nicht? Ah, teils, teils. Also die Figuren zeigen schon etwas, das würde ich das College-Kid-Syndrom nennen. Sie haben manchmal nicht ganz logische Schlussfolgerungen aus ihren Aktionen geschlossen. Ganz was Neues. Ja, genau. Also das war manchmal ein bisschen frustrierend. Dafür fand ich aber den Plottwist ganz am Ende ganz interessant. Also der hat ein bisschen Interpretationsspielraum gelassen, hatte ich auch nicht so erwartet von dem Film. Okay, wir wollen jetzt aber auch nicht spoilern, aber so ein bisschen kann man andeuten, dass es teilweise vielleicht sogar in eine Richtung geht, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Ich selber war mir jetzt auch nicht sicher immer, was jetzt als nächstes kommt, was ja eigentlich bei so einem Schema-F-Film eigentlich häufig der Fall ist. Der hat dann schon ein bisschen tatsächlich den Zuschauer auch im Unklang gelassen und selber sich einen Reim drauf machen lassen, was ich auch gar nicht so unschön fand bei dem Film. Weil ich zuerst, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe das Schlimmste erwartet. Ich auch. Als der Film anfing, dachte ich mir, nee, Leute, ey, lasst euch mal was Neues einfallen. Und wir haben es ja in einem Stream sehen dürfen von Tiberius-Filmen zur Verfügung gestellt in der deutschen Synchro. Dazu muss ich sagen, die deutsche Synchro ist jetzt auch nicht die beste gewesen. Da hat man gemerkt, die haben jetzt nicht wahnsinnig viel Geld da reingesteckt. Aber sie war ganz ordentlich, das ist richtig. Und insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob die darstellerischen Leistungen adäquat waren oder nicht. Aber sie waren eigentlich relativ solide, also jedenfalls von den Sprechern und von den Darstellern dargestellt. Also da hat man deutlich Schlimmeres schon gesehen, finde ich. Das stimmt. Also sie waren, solide ist da ein gutes Wort. Also sie waren überzeugend an manchen Stellen. Ja, genau. War es ein bisschen shaky, würde ich es nennen. Aber man ist nicht aus der Story gerissen worden mit einmal. Ja. Weil da irgendjemand einen ganz komischen Gesichtsausgleiser hatte. Richtig. Also es war jetzt nicht wirklich die letzte Stüpper-Truppe, die sie da zusammengestellt haben. Die Darsteller sahen auch ganz ordentlich aus, um es mal so zu nennen. Also die Mädels waren ganz schick und die Typen eigentlich auch. Und es waren so diese Grundprämisse, die ich dann so ein bisschen komisch fand, die man so reingequetscht hat. So, ah, da gibt es noch so eine Hintergrundgeschichte. Weil da ist die Jill, das ist so quasi die Hauptperson, typisch so blondes College-Girl. Und die hat eine Freundin mit dabei, die Allison und noch eben dann ihr Freund und dann noch ein Typ und sein Bruder und dessen Freundin. Und da kommt dann irgendwie raus, so, ah, da ist irgendwas passiert, weil diese Allison, die wurde anscheinend irgendwie sexuell missbraucht oder es kommt nicht so richtig raus. Und man hat sie vielleicht Gang-Raped und das auch noch gefilmt mit dem Handy. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, aber warum ist sie dann dabei, wenn dann der eine Typ dann irgendwie auch in dieser Football-Mannschaft ist und vielleicht sogar dabei gewesen ist und so. Da habe ich mir immer gedacht, so, wie kommen die dazu, die da mitzunehmen? Und sie ist dann auch irgendwie so die Außenseiterin. Und, naja, also das war so mit der Brechstange irgendwie so reingedrückt, finde ich. Das fand ich auch, also ich fand diesen Plotpoint total unschön gelöst, weil ich finde, ähm, sexuelle Gewalt in jeglicher Form, das darfst du nicht einfach so als einen Plotpoint mit reindrücken, weißt du? Das musst du dann auch verarbeiten oder wirklich bearbeiten und das fand ich hier leider ein bisschen arg, ich sag mal, billig gelöst. Das war halt einer der treibenden Konflikte da mit drin. Richtig, also im Grunde hätte es ein interessanter Hintergrund sein können, aber er hat halt eigentlich für die Story überhaupt nichts gebracht, das fand ich irgendwie das Komische. Also, den hätten sie komplett weglassen können und der Film wäre genauso, hätte genauso funktioniert, sag ich mal. Ja, ja, sie hätte auch einfach einen schlechten Tag haben können. Ja, genau, genau. Sie hätte nicht anders reagiert, also das fand ich auch, wie du schon gesagt hast, äh, warum ist sie überhaupt mitgefahren? Also, das habe ich auch nicht verstanden, weil sie springt das ja später selber auch nochmal zur Sprache. Ich denke mir so, ja, warum eigentlich? Also, die haben halt versucht, da irgendwie Tiefe zu geben oder da irgendwie dem Plot so eine Hintergrundgeschichte zu geben, das hätten sie komplett weglassen können und einfach so sie als ein bisschen eigenberötlerische Außenseiterin da reinbringen können. Keine Ahnung, warum der Drehbuchautor sich gedacht hat, das muss jetzt unbedingt sein. Also, war eigentlich völlig daneben, aber, äh, ja, mein Gott, aber irgendwas muss man ja machen, dass sie irgendwie noch was zu reden haben. Deswegen haben sie das wahrscheinlich gemacht und weil das irgendwie so ein aktuelles Thema ist, vielleicht fanden sie das dann ganz spannend. Aber hätte man weglassen können, gut, und dann wird es nämlich sehr generisch, denn natürlich, sie wollen eine Abkürzung nehmen, weil einer kennt natürlich immer eine Abkürzung und die geht natürlich immer völlig in die Grütze. Und dann verfahren sie sich und es ist da übrigens, äh, ja, es schneit dort wie Sau, das ist da in Minnesota oder wo ist das? Ja, nee, Massachusetts. Massachusetts, ja, und, ähm, da ist natürlich alles eingeschneit und bitterkalt und dann, äh, verfahren sie sich und dann, äh, geht das Auto natürlich zu Bruch. Und viel spielt dann auch im Auto, was ich gar nicht so schlecht fand übrigens. Das fand ich sehr interessant. Eine schön beklemmende Atmosphäre gemacht und das hätten sie eigentlich durchziehen können für mich, äh, muss ich sagen, weil das waren die für mich stärksten Szenen, die nur im Auto gespielt haben. Ja, die im Wald, die waren immer ein bisschen kopflos. Mhm, das Übliche, wir stachsen durch den Wald, wissen nicht wohin und, naja. Ja, genau, und wir verfolgen Leute, aber wir sehen die Fußabdrücke in die andere Richtung laufen, wo ich teilweise gedacht habe, ihr seht doch, dass die nach links gelaufen sind. Hallo, das sind College Kids, weil es College Kids sind. Ja, aber das war wirklich absolutes College Kids-Syndrom und auch da, wo sie sich verfahren haben, wo sie ja stundenlang fahren, statt dann einfach mal zu sagen, der Sprit ist bald alle, lässt uns umdrehen. Ja, okay, aber das, mein Gott, muss halt so sein, sonst gibt's ja keinen Film, sonst wäre der Film ja nach zehn Minuten vorbei gewesen. Aber nee, du hast völlig recht, äh, so dieses, äh, ja, gehen wir mal raus und suchen jemand, obwohl man die Fußspuren sieht, äh, gehen wir woanders hin. Äh, ja, klar, äh, aber wie gesagt, diese, äh, Szenen im Auto selber, wo die da sitzen und sie wissen, das Benzin geht gleich aus und bald wird es bitter kalt und, äh, keiner hört sie und keiner kommt zur Hilfe, die fand ich richtig gut und hätten sie das so ein bisschen durchgezogen, glaubt, dann wäre es ein ziemlich ordentlicher Film geworden. So wurde er leider ein, naja, ich sag mal, amtlicher Horrorfilm, den man weggucken kann, aber auch getrost vergessen kann, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall, also er lebt halt auch vor allen Dingen von, ich find, nicht wirklich gut durchgeführten Jumpscares, also, ähm, was ich ganz interessant fand, ganz am Anfang haben sie ja die, diese Hexen so ein bisschen eingeführt, ähm, dass es die halt gibt und, äh, wo sie auch leben, theoretisch. Ähm, also die haben da so ein, äh, da gibt's so ein, einer hat so ein Flyer bei der Tankstelle geholt, wo man, äh, dann lernt, da gab's mal Hexenverbrennungen irgendwie 1690, äh, vor langer, langer Zeit und, äh, seitdem gibt's halt Gerüchte, dass diese Wälder auch so ein bisschen, äh, verhext sind eben im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und das ist so der Hintergrund und dann, äh, ja, ist immer die Frage, gibt's diese Hexen wirklich oder gibt's da irgendwelche Einflüsse? Und es hat dann für mich im positiven Sinne tatsächlich auch so ein bisschen Anleihen an Tanz der Teufel gehabt, falls du, ähm, mit der Serie vertraut bist, wo man nicht weiß, ist jemand besessen oder nicht. Und, äh, das waren so auch die stärksten Momente, aber die haben's dann leider nicht so richtig ausgereizt, da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Absolut, absolut. Wobei man sagen muss, generell fand ich den Film, ähm, ganz schön geschnitten. Also ich fand, ich war sehr beeindruckt, eine der Eröffnungsszenen, das ist fast eine Minute, eine durchgängige Szene ohne Cut. Mhm. Da hab ich gedacht, okay, das könnte jetzt ein starker Start werden. Da sagst du was Schönes, weil ich finde, rein handwerklich hat der Film tatsächlich einige Pluspunkte gekriegt. Also allein die, äh, also Kameraarbeit, also man sieht wunderschöne, äh, Aufnahmen, äh, mit der Drohne natürlich irgendwie aus der Luft, äh, von den verschneiten, äh, Wäldern und Bergen. Und das haben sie wirklich schön gefilmt, auch, äh, atmosphärisch gut aufgeladen. Da haben sie einiges gut gemacht und der Schnitt war wirklich auch ganz okay. Und, äh, also handwerklich kann man eigentlich nichts sagen. Es war eigentlich alles da. Ja, da war alles da. Und es gab auch wirklich ein paar Kameraeinstellungen, die waren interessant. Also da hat jemand, war jemand sehr kreativ an der Kamera. Ja. Muss ich sagen. Also fand ich, hat mich positiv überrascht in diesem Film. Ja, also der war kreativer als der Drehbuchautor, auf jeden Fall. Ja. Er hat sich gedacht, komm, das reiß ich noch. Ja, ja, äh, weil, also rein handlungsmäßig, äh, ja, wie gesagt, es ist, man, man weiß jetzt nicht so wirklich immer, was als nächstes kommt, aber es ist eigentlich so klar, so einer nach dem anderen wird dann irgendwie doch abgemurkst, aber wie und wer, das bleibt dann irgendwie so im Unklaren. Bei einem sieht man auch gar nicht, was aus ihm wird, was ich auch irgendwie total Panne fand. Ähm, aber, mein Gott, sei's drum. Äh, der hat ein paar nette Grusler-Momente, finde ich, auch ein paar nette Goa-Momente. Also ich glaube, der wird eine FSK-16, äh, bekommen haben. Ich hab's jetzt nicht gefunden. Denk ich auch. Aber das ist so ein typischer, äh, FSK-16er. Und, äh, ich finde, ja, also ich hab schon deutlich, also wirklich deutlich Schlimmeres gesehen, aber auch natürlich auch deutlich Besseres. Der ist so für mich sehr, sehr durchschnittlich gewesen im Nachhinein. Also, wenn ich ein Fazit ziehen würde, den kann man durchaus, klar, auf einem Videoabend kann man sich den mal weggucken. Äh, da macht man nichts groß verkehrt, aber man muss jetzt nicht sich unbedingt was von erwarten, was Großartiges. Und man kann ihn dann getrost auch schnell wieder vergessen. Deswegen ist es für mich einfach, ja, der war ein ganz amtlicher Film, der wahrscheinlich auch wahnsinnig wenig Budget hatte und wirklich wenig Geld gekostet hat. Aber dafür haben sie sich teilweise schon ein bisschen angestrengt. Also, das muss man ihm lassen. Also, da gibt's wirklich echt schlimmere Beispiele, wo man sieht, das ist einfach nur lieblos runtergekurbelt. Ähm, da sind ein paar, ein paar nette Sachen sind drin. Äh, aber er ist sonst sehr, ja, äh, ja, sehr durchschnittlich. Und vergessenswert. Nee, aber gut, dass du das erwähnst. Das Budget war wirklich, fand ich, sehr gering. Äh, das waren knapp 71.000 Euro. Also, dafür ist er echt nicht schlecht. Ja, also, ich hab nämlich auch gedacht, was war denn das Budget, weil wenn die da jetzt irgendwie eine Million verschossen haben, hätte ich gesagt, oh Gott. Also, echt nur 71.000? Ja. Also, dafür, muss ich sagen, Hut ab. Genau, also, da muss ich auch sagen, äh... Für das Geld haben sie einen ordentlichen Film gemacht. Ich hab mich, ich hab mich verguckt, der hat 71.000 eingespielt. Ja, okay. Jetzt hab ich schon an mir selbst gezweifelt, weil ich dachte mir, ähm, das ist, glaub ich, schwierig, äh, weil die Produktionskosten für sowas müssten eigentlich schon deutlich höher sein. Ja, verzeih, da hatte ich, da hatte ich grad runtergeguckt. Okay, 71.000 eingespielt, na schön. Vielleicht, ähm, sorgt ja unsere Berichterstattung dafür, dass er noch ein paar mehr macht, aber, ähm, ja, aber der wird jetzt, äh, auch, keine Ahnung, was wird der gekostet haben? Ein paar hunderttausend vielleicht, ja? Ja, wenn's... Irgendwo muss man das doch auch finden. Aber generell muss ich sagen, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Film, den kann man eigentlich ganz gut, ähm, mal in so einem Kinoabend gucken. Also, da kann man sich mit Freunden hinsetzen, sich das angucken. Ja, genau. Also, das, man bereut's nicht unbedingt, äh, also, da hab ich, wie gesagt, als er anfing, hab ich schon das Schlimmste befürchtet und gedacht, oh, das wird jetzt verschwendete Lebenszeit sein, die ich nie wieder zurückbekomme. Aber so schlimm war's dann gar nicht. Er hat ein paar nette Momente. Wie gesagt, die Darsteller machen einen ordentlichen Job. Und ein paar schöne Gruselmomente und Gormomente sind ja auch dabei. Und, und, dass man dann auch so ein bisschen im Unklaren ist, fand ich auch ganz nett. Also, wie gesagt, man kann den schön weglatzen, wenn man so ein Genre-Fan ist, wenn man solche, solche Filme mag. Kann man den durchaus anschauen, aber er wartet einfach nicht zu viel. Das wär jetzt so mein Fazit. Ich würde dem Film, äh, sag mal, zwei, zwei bis zwei Komma fünf Sternen von fünf geben. Wie sieht's bei dir aus? Ah, für die, ja, für die Kamera hätte ich so zwei, fünf bis drei gesagt. Okay, aber ich mein jetzt so insgesamt für den Film. Ja. Ach so, wegen der Kamera meinst du? Wegen der Kamera hätte ich dann gesagt so, ja. Okay, warum nicht? Zwei, fünf bis drei. Je nachdem, wie wichtig einem sowas ist. Ja, also, als Genre-Fan kann man, glaub ich, schon, ja, zwei, fünf bis drei kann man da absolut geben. Ähm, man wird's wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bereuen, den Film zu sehen, wenn man eben ein Genre-Fan ist. Aber man darf eben nix erwarten und, äh, dann kann man einen netten Videoabend, glaub ich, damit haben. Glaub, das ist ein gutes Fazit. Ja. Und mal drüber sprechen mit den Freunden danach. Genau, ja. Und mal fragen, wie siehst du das? War sie jetzt und so oder nicht, ne? Ja, genau. Wir wollen ja nicht spoilern. Was denkst du davon? Schön, schön. Ähm, Sarah, hast du noch was zu sagen zu dem Film? Äh, ja, nö. Nö, alles gesagt, das ist ja schön. Alles gesagt, aber trotzdem würde ich nur noch spoilern. Dann haben wir den Job ja richtig gemacht, dann, ähm, würde ich sagen, vielen Dank, Sarah. Und, äh, von uns dann, ja, das, äh, Fazit, ein amtlicher, äh, Grusler, den man sich durchaus mal als Videoabend weggucken kann. Und mehr ist es aber auch nicht. So. Genau. Und damit schließen wir unsere Betrachtung von Witches in the Wood. Ich danke dir schön, Sarah, schöne Grüße, äh, nach Lüneburg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne Grüße auch zurück. Tschüüü. Applaus Applaus Vielen Dank.